FRIENDOUS! Was geht's? GF ist am Start und willkommen zum Gewinnspiel. 4900 Abonnenten. Heidewitzka, ungefähr 2 Monate ist es her, wo ich wieder mit FIFA Mobile angefangen habe. Und seitdem erreichen mich auf jeden Fall wieder Kommentare, Likes, Abonnenten und es wird einfach wieder Fun, FIFA Mobile zu machen. Heidewitzka, und deswegen gibt es als kleines Dankeschön, oder was heißt klein, einen 25 Euro Google Play Karte, Friendhouse. Ich habe jetzt hier gerade keine parat, aber ich blende euch auf jeden Fall das jetzt mal hier ein. Vor allem die, die auf jeden Fall iPhone haben, gibt es eine iOS Karte zu gewinnen. Das wäre sonst sehr unpraktisch, wenn derjenige dann iPhone habe und ich biete nur eine Google Play Karte an. Ähm, genau, Friendhouse, auf jeden Fall werde ich dieses Gewinnspiel auflösen bei 5000 Abonnenten. Da fehlen jetzt ungefähr noch 95 Abonnenten, irgendwie so, Friendhouse. Und ich denke mal, das hätten wir Ende August oder Anfang September, müssten wir das drin haben. Mit eurer Hilfe und eurer Unterstützung. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, Friendhouse, ist natürlich Abonnent sein, ganz klar. Like da lassen und auf jeden Fall Stichwort Messi, Leute. Stichwort Messi in den Kommentaren fanden raus und so nehmt ihr auf jeden Fall am Gewinnspiel teil. Ähm, Abonnent sein, Like da lassen, Stichwort Messi und auf jeden Fall nehmt ihr so automatisch dran teil. Und wie gesagt, ich werde dieses bei 5900, äh, bei 5900, bei 5000 Abonnenten auf jeden Fall auflösen. Heidewitzka. Gut, ich würde sagen, dieses Video kommt um 17 Uhr ungefähr. Und später noch, Fieber Mobile Time, Heidewitzka 28, deswegen würde ich sagen, ja, einschaltet. Bis gleich.